Also Freunde, wir haben hier so ein richtig cooles Leckerli, was wir vom Futterhaus gestern geholt haben. Das kennt sie eigentlich noch kaum und fährt darauf voll ab. Wir gucken mal, ob das auch klappt. Nami, halten. 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 Hast du es? Hast du es? Halten. So, zeig mal her. Da hat sie es im Mund. Halten. Pfui. Hat es mir wieder gegeben, ne? Okay. Super, mein Schatz.